Servus liebe Harmonika-Freunde! Heute möchte ich euch unser Volpour Mini-Modell im indischen Apfel vorstellen. Diese Harmonika ist wirklich Mini, denn sie hat nur eine Gehäusegröße von 34 cm Größe. Somit ist sie für Kinder und Jugendliche geeignet, die gleich mit einer vierreichen Harmonika das Spielen beginnen wollen. Sie ist aber dennoch vollwertig, denn sie hat 46 Discount-Knöpfe sowie 16 Bassknöpfe. Die Harmonika ist aus indischem Apfelholz gefertigt, die Beschläge sowie die Knöpfe aus Nussholz. Des Weiteren hat die Harmonika einen wunderschönen roten Balk, der hervorragend zur Harmonika passt. Und natürlich unsere Volpour Premium Harmonika-Riemen. Nun möchte ich euch ein kleines Hörbeispiel zum Essen geben, damit ihr auch seht, wie gut diese Harmonika klingt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017